Hallo Freunde, wir wollen euch jetzt zeigen, was die Nachfolgen sind von dem letzten GTA-Video, weil er mich so beleidigt hat. Wir haben uns gegenseitig beleidigt. Und jetzt wollen wir euch einfach mal zeigen, was wir uns gegenseitig anstellen werden. Wir werden uns hier drauf prügeln. Ich werde das Tablet jetzt hier kurz abstellen, damit ihr es seht. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir werden uns jetzt prügeln. Nachtragen wir uns vorher mal. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Bis dahin, tschau. So Freunde, hier sind wir wieder. Ja, einfach, wenn wir euch jetzt zeigen, mein Bruder verletzt bitte den Raum, das solltet ihr nicht sehen. Und wir sehen uns gleich wieder. Und dann hat es auch bestimmt schon direkt kurz angefangen. Ja, tschau. Und halt. Und jetzt sind wir wieder da. Ach, komm. Und dann, ob ich sag, was? Was für leidigst du mit, hä? Du fühlst mich hier mit euch, du machst mich für euch nicht schlecht. Ich bin gerade auch schneller. Genau, als ob ich nicht schlechter. Ja, genau. Was sagst du eigentlich, dass ich mich cool fühle, hä? Du sagst, steh am Anfang wieder, dass ich nicht so doof und mein Gott bin. Ist doch. Das ist okay, wenn du auch fest hast. Aber man muss sagen, ich bin so richtig schlecht. Ja, ist doch so. Nichts mit uns hoch. Geh. Aber du fühlst dich auch cool, Alter. Du fühlst dich irgendwie so krass. Aber gut, ich bin mit deinem, mit deinem Fuß, mit deinem Fuß. Ja, genau. Aber du, aber du. Ja, ist doch. Ja, ist doch. Ja, genau, das meine ich. Das ist jetzt wirklich schon mal ein Beispiel. Ich bin doch noch halb Ausländer. Du bist doch auch. Du bist halb auf der Arne an. Ja, dann du bist. Ich will mich auch von, was du bist. Ja, ich bin, hilf, auch bist dich. Und das bin ich, hä? Ich bin kleiner. Ah, hä. Ich bin kleiner. Und du bist ein kleiner. Er heißt mit zweiterem Oliver. Ja, und er ist Schnecki-Chan. Waaat? Ich weiß. Ich vermisse dich. Wann heißt er Schnecki-Chan, hä? Schnecki-Chan? Wann heißt Schnecki-Chan, heißt dein Papa, also? Er heißt mit Nachnamen, das heißt Schnecki-Chan. Ja. Das hat zum Festtag, und meine Gasse hat's gefallen. Ja. Niklas, wenn du das jetzt zieh, du bist kein Festtag. Du bist cool. Du bist gleich. Kaffee trinken, doch. Kaffee trinken, doch. Kaffee trinken, doch. Mein Gott, super. Du bist ja so einfach. Alter! Ja, okay, stimmt eigentlich auch. Okay, das ist keine Wärmung gewesen. Unterfüger. Häh? 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 Vielen Dank.